so hallo meine lieben heute ist montag früh und das hier ist jetzt mein leckeres frühstück sieht nicht besonders schön aus ist aber super lecker und zwar ist das naturjoghurt mit 0,1 prozent fett also der ganz fettarme dann habe ich dann noch von allnatura den apfelbananenmus reingetan paar löffel ein löffel stevia ist drin zum süßen dann sind da noch erdbeeren drin und bananen und das war's das lasse ich mir jetzt schmecken ich habe jetzt gerade mal lust auf was süßes ein kleines snack zwischendurch und zwar esse ich hier so ein corny free regel mit geschmack richtung schoko gibt es auch mit weißer schokolade und nur dazu weit ich weiß und dieser regel hat hat mal 67 kalorien also wirklich nicht viel für etwas süßes und deswegen lasse ich mir den jetzt schmecken so das ist jetzt schon ganz schön spät abends ich habe mir das mittagessen ausgelassen weil es mir nicht ganz so gut ging und ich mich stattdessen ein bisschen hingelegt habe deswegen ist das jetzt hier mein abendessen und zwar ist das salat wie heißt der salat noch mal dieser lollo rosso dann ist da noch karotten streifen drin und mais und ein joghurt kräuter dressing mit so wenig kalorien ist dressing und ja das war's so es ist jetzt dienstag früh und eigentlich ist sich genau das gleiche wie gestern der einzige unterschied ist dass ich noch so etwas hier drei gemacht habe und zwar habe ich von als das nette mal bei douglas bestellt habe also online gab es so ein muesli to go gratis dazu so eine probiergröße und ich hatte die geschmacks richtung himbeer weiße schokolade und da habe ich ein kleines bisschen noch mit rein gemacht der rest der hier noch drin war und ja finde ich sehr sehr gut also ich finde diese muesli to go sache schmeckt richtig gut ich weiß nur leider nicht wie teuer das ist aber es war auf lecker und jetzt genieße ich den rest davon das ist jetzt mein mittagessen und zwar ist das ganz simpel ein bisschen reis mit ein bisschen verschiedenen gemüse also märchen so grüne bohnen und brokkolis da drin und mais und so weiter und ein bisschen gewürzt ist das mehr ist da nicht drin schmeckt aber super lecker und wenn ich mir das habe schmecken lassen dann zeige ich euch gleich noch mal nachtisch und das ist jetzt mein leckeres nachtisch mein leckeres nachtisch ich meine natürlich mein leckerer nachtisch und zwar ist das mango sorbi eis super lecker es ist keine milch drin also auch laktosefrei für die leute die vielleicht laktose intolerant sind hat bei weitem nicht so viel kalorien wie milcheis und schmeckt einfach nur göttlich also man muss natürlich mango mögen aber ich liebe es nom 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 so das wird jetzt mein abendessen einfach nur so leckere weintrauben ich liebe weintrauben und dann sozusagen als nachtisch wenn man das so sagen kann noch so ein obstgarten und ja das war's mehr wird heute nicht mehr gegessen aber das wird schon ganz schön satt machen die ganzen weintrauben da ich noch ein bisschen hunger hatte und ich auch noch ein bisschen salat übrig hatte von gestern esse ich jetzt den rest von einem salat wieder mit diesem joghurt dressing und ja das wird aber definitiv heute meine letzte mahlzeit sein so guten morgen meine lieben das ist jetzt mein frühstück am mittwoch es ist ziemlich unspektakulär denn ich habe heute nicht so viel zeit meine mama holt mich bald ab und deswegen muss ich schnell was essen außerdem habe ich noch weintrauben von gestern übrig gehabt dazu esse ich so ein juguli 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 erdbeer joghurt und ein corny als nachtisch und das ist jetzt mein frühstück so liebe leute das ist jetzt mein abendessen wie ihr seht habe ich mein mittagessen heute nicht gefilmt und das hat auch einen grund denn ich war bei meinen eltern und habe dort gegessen und natürlich habe ich die kamera nicht mit und naja was noch mal dazu sagen und da habe ich aber hähnchen gegessen also so grillhähnchen ich habe nur die haut nicht gegessen weil jemand sehr viel kalorien hat also nur das magere fleisch also alles gut und das ist jetzt mein abendbrot zwei schnitten brot übrigens selbst gebackenes brot von meinem papa hat er heute frisch gemacht dinkelbrot mit zu körnern super super lecker ich liebe frisch gebackenes brot das riecht toll es schmeckt toll ist einfach genial und darauf habe ich einfach tomaten gemacht die gesalzt und gepfeffert sind das war's so heute ist jetzt donnerstag früh und das ist mein frühstück ich habe noch mal dieses leckere brot was mein papa gebacken hat dieses dinkelbrot was super lecker ist dann eine scheibe mageres geflügelwurst magere geflügelwurst und darauf jeweils eine tomate mit pfeffer und salz und das lasse ich mir jetzt schmecken das ist jetzt mein spätes mittagessen denn ist es schon ziemlich spät aber naja was soll man dazu sagen und zwar ist das jägerschnitzel also schweinefleisch meine ich ja schweinefleisch mit einer champignonsauce und kartöffelchen und ich muss zugeben ich habe das nicht selber gemacht denn ich bin glaube ich eine sehr sehr schlechte ich glaube es nicht ich bin eine schlechte köchin und ich koche auch nicht gern deswegen muss ich zugeben es ist so ein fertig futter hier von weight watchers ja ich weiß aber es schmeckt wirklich total lecker und dieses ganze menü hier hat gerade mal 296 kalorien was echt nicht besonders vieles für eine mahlzeit deswegen lasse ich mir das jetzt schmecken und ja falls ich mal das kochen lerne werde ich sowas auch mal selber machen und als nachtisch gönne ich mir jetzt noch ein bisschen von meinem super leckeren mango sorbet aus aus naja mango sorbet so heißt es super lecker ach ja und während meines mittags sozusagen habe ich mich hier mir hier noch so eine coke zero gegönnt das war's heute ist jetzt freitag früh und das ist jetzt mein frühstück und zwar sind das rockenbrötchen mit so ein geflügelwurst magere und darauf tomaten mit salz und pfeffer gestern abend habe ich mein abendessen nicht mehr gefilmt weil mein abendessen einfach nur aus zwei nektarinen bestand deswegen dachte ich mir ist das nicht so wahnsinnig spannend und ja so brötchen allgemein haben nicht ganz so wenig kalorien aber wenn ihr das morgens ist dann wird das am tag schon verbraucht und roggen ist immer sehr gesund und für den körper sehr gut und falls ich nicht sagt davon werde es sich vielleicht auch noch ein zweites so das ist jetzt mein mittag schräg strich abend essen denn es ist schon ziemlich spät ihr seht ich habe immer ein bisschen problem mit dem zeitmanagement wann ich esse das muss ich auf jeden fall noch verbessern dass es regelmäßiger wird aber es ist jetzt schon ziemlich spät deswegen vermute ich mal dass das so meine letzte mahlzeit sein wird ich werde vielleicht noch ein joghurt oder sowas essen aber das ist reis mit gemüse also verschiedenes gemüse bohnen was ist da noch drin mürchen und mais und so weiter und dann habe ich noch so ein geflügelwürstchen klein geschnitten so ein würstchen hat also 50 kalorien also auch nicht allzu viel und ja das lasse ich mir schmecken so es ist heute samstag mittag also der letzte tag wo ich heute filme also mein essen filme bzw und ja wie ihr seht es ist kein frühstück oder so was ich habe auch heute noch nicht gefrühstückt aber ich habe heute lange ausgeschlafen und deshalb ist das jetzt so mein mittagessen frühstück ich wollte jetzt hier nicht um eins noch frühstücken deswegen esse ich jetzt also nudeln leider weiße nudeln eigentlich es ist lieber vollkorn nudeln aber das war halt so ein fertig gericht deswegen ich konnte es mir nicht aussuchen ihr wisst ja ich habe ja schon gesagt bin eine miese köchin dann ist da hähnchenfleisch drin tomaten und kräuter und jetzt bin ich verwackelt und das hat alles 400 kalorien also ist das so einigermaßen ordnung für diese große portion und ja ich hoffe das schmeckt denn das habe ich bisher noch nicht gehabt und ich werde jetzt probieren so das ist jetzt so mein schmanker zwischendurch würde ich jetzt sagen es ist jetzt schon so ich glaube 16 uhr oder halb fünf oder sowas um den dreh und ich habe total hunger auf irgendwas süßes und deswegen esse ich hier mein leckeres mangoeis nachdem ich total süchtig bin das ist super lecker denn das ist laktosefrei also dass kein milch drin sondern das ist einfach nur mango sorbet und hat dadurch auch ich glaube nur halb so viel kalorien wie normales eis deswegen kann man sich auch mal so ein kleines schüsselchen davon gönnen so zeit fürs abendessen heute esse ich mal wieder einen salat also den den ich eigentlich immer esse dass dieser lollo rosso drin mürchen und noch mais und ja mit einem joghurt dressing dieses joghurt kräuter dressing und das ist immer super lecker macht schön satt und hat nicht allzu viel kalorien ich hoffe sehr euch hat mein kleines food diary über die woche gefallen ja wie ihr ja gesehen habt ich bin nicht ganz so gut im zeitmanagement was so drei malzeiten am tag angeht manchmal schaffe ich das das so gut zu planen und es kommt natürlich darauf an weil ich aufstehe ob ich irgendwo hingehe und so weiter weil ich finde es immer sehr schwierig unterwegs gesunde nahrung zu finden sag ich jetzt mal so ich meine es gibt schnell fastfood oder sonstiges aber dann doch irgendwas gesundes zu essen oder so ist dann doch ein bisschen schwieriger dann bitte kein hate weil ich nicht selber koche beziehungsweise sehr selten ich bin einfach eine sehr schlechte köchin zu dem bin ich auch ehrlich gesagt zu faul dazu man braucht unheimlich also ich beziehungsweise es dauert sehr lange bis sein essen gekocht ist und in zehn minuten ist alles weg gegessen und dann denke ich mir mal und dafür war ich jetzt irgendwie zwei stunden in der küche gestanden deswegen ist es nicht so mein ding aber ich bin zufrieden so wie es ist ich achte mal darauf wenn ich so fertig produkte kaufe dass die eben ohne geschmacksverstärker und also ein zeug sind und ja also die sachen die ich kaufe schmecken auch gut finde ich zumindest dann natürlich noch das gewichtsupdate diese woche habe ich ein halbes kilo abgenommen womit ich sehr zufrieden bin also das heißt ich wie gehe jetzt 81,6 letzte woche waren es ja noch 82 1 und da bin ich sehr zufrieden mit muss ich sagen denn ein halbes kilo die woche wenn das so bleibt finde ich super das heißt ich habe jetzt genau 9 kilo abgenommen seit ich das meine ernährung umgestellt habe und ich finde immer so ein halbes kilo für dafür dass ich meine ernährung umgestellt habe und eben keine diät mache finde ich super früher habe ich auch zwei kilo zweieinhalb kilo die woche abgenommen wenn ich eine diät gemacht habe aber ich habe das sein gewicht auch nicht also ich habe meins nicht gehalten und ich kenne auch keinen der das geschafft hat nach so einer crash diät irgendwie das gewicht zu halten deswegen finde ich gerade jetzt wo ich schon auch wie gesagt 9 kilo abgenommen habe ist ein halbes kilo die woche wirklich in ordnung und wenn das jetzt so jede woche ein halbes kilo ist bin ich auf jeden fall zufrieden und ja was gibt es noch zu erzählen was ich eben ganz gut finde an ernährungsumstellung ist nicht nur dass natürlich danach leichter ist das gewicht zu halten weil man das ja größtenteils bei behält wie man jetzt ist ich finde auch dadurch fällt einem die sie wie soll ich sagen das abnehmen nicht so schwer wenn man eine diät macht und so weiter dann darf man ja wirklich muss man ja auf alles verzichten ich kann hier jetzt auch mal irgendwie wie gesagt irgendwas essen was ein bisschen mehr kalorien hat oder sonstige sachen ihr habt ja gesehen was ich gegessen habe ich habe übrigens alles gefilmt vielleicht mal wenn ich irgendwie einen apfel gegessen habe habe ich das nicht gefilmt aber ansonsten wirklich alles gefilmt und jetzt habe ich den faden verloren na supi jedenfalls wenn man die ernährung halt umstellt dann kann man auch leckere sachen essen und muss nicht immer nur was weiß ich an irgendein stück keine ahnung reiswaffel knabbern oder nur brokkoli essen oder was auch immer ihr wisst schon was ich meine und deswegen fällt mir das deutlich leichter als die diäten damals wo man sich wirklich alles verkneifen musste und wie gesagt ich bin mit dem halben kilo sehr zufrieden ich hoffe dass das jetzt so weitergeht jede woche wenn ihr noch irgendwelche auch vorschläge habt was ich noch zu der abnehmen ernährungsreihe von mir so viele videos machen sollte dann schreibt mir das in die ich wollte schon sagen in die infobox ich meine schreibt mir das in die kommentare so vielleicht habt ihr ja noch eine idee oder habt irgendwelche fragen noch was ihr gerne wissen möchte also ich habe noch ein paar ideen was ich mache aber wenn ihr noch ideen habt immer her damit ich freue mich immer sehr darüber ansonsten wie immer falls euch das video gefallen hat gibt mir gerne daumen hoch das unterstützt mich wie gesagt sehr ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen tag bis nächstes mal bis zum nächsten Mal